Interview 2 Hey Max, warte mal. Ich mache eine Umfrage für unsere Schulzeitschrift. Hast du eine Minute Zeit? Wirklich? Okay, worum geht das denn? Also, mich interessieren deine Hobbys. Oh, da gibt's vieles. Zum Beispiel, ich lege gern Puzzle. Am besten mag ich Puzzle mit tausend Teilen. Puzzles finden viele schwer, aber ich nicht. Wow. Und wie ist es mit Sport? Magst du Sport? Natürlich. Ich liebe Fußball. Ich bin ein großer Borussia Dortmund Fan. Mit meinen Freunden spiele ich gern Fußball. Ist das alles? Ach ja. Am Wochenende spiele ich Paintball. Das gibt immer einen tollen Adrenalinkick. Ich finde Paintball richtig cool. Aber meine Mutter mag es gar nicht. Sie denkt, es ist zu aggressiv. Und nach Paintball sind meine T-Shirts immer kaputt. Haha, ich komme am Samstag gern mit. Paintball klingt echt toll. Abgemacht.